Meine Lieben, amtierender Hessen-Meister! Solle Leute laden hier vor euch ein. Schau mal an. Er hat den dritten Platz in der Hessischen Meisterschaft 2008 gemacht. Den dritten Platz bei Carly Martini Grand Prix. Hallo? Das ist ja nochmal der Junge hier. Das war Carly Martini Grand Prix, das traut dir nicht viele. Und den vierten Platz bei dem deutschen Vorentscheid für die Meisterschaft der CDU, der Pferdländer. Auch das eine Meisterschaft, die er an Wert gewonnen hat. Mal schauen, was er sich heute vorgenommen hat. Zum fünften Bauer-Kochtierkamp. Alle zwei Jahre veranstalten wir diese Meisterschaft. Mal als kleine nationale Geschichte. Angefangen 2001 in Potsdam. Von den Besuchern, ich war dabei. Ja, wer war da? Die Teilnehmer. Ein, zwei Freunde der Teilnehmer. Ein bisschen Leute von Dauerfunk und Saft. Und ein paar Männchen, die sich auf der Bundesgartenschau verbrannt waren. Und die haben gesagt, was waren denn Jungs da oben? So, ja. Dann waren wir zweimal in Dante in Berlin. Da wurde es dann irgendwann so eng, dass wir gesagt haben, das geht nicht mehr. Wir brauchen was Größeres. Und seitdem sind wir hier. Der hat jetzt auch keinen Lust mehr zu warten. Der möchte euch zeigen, was er für euch vorbereitet hat. Möchte endlich seinen Cocktail Bauer-Delight für euch mixen. Und deswegen geben wir die Bühne frei und zählen zusammen ein. Drei, zwei, eins. 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 Let's dance! 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 Let's dance!